Vor rund 809 Tagen haben sich Richard und Katie Lugner die ewige Liebe geschworen. Doch damit ist es jetzt vorbei, denn heute am 30.11.2016 ließen sich die beiden im Bezirksgericht Rudolfsheim 5Aus scheiden. Tja, es ist vorbei mit der großen Liebe und ein bisschen Drama gab es heute auch noch, denn es gab einen Polizeieinsatz. Schon am frühen Morgen gab es helle Aufregung bei den Lugners. Noch lange vor dem Scheidungstermin tauchte Katie in Richards Villa auf. Was es da noch zu besprechen gab, vermutlich ein letzter Versöhnungsversuch der strapazierten Beziehung. Gereizt vom Presserummel rief Katie dann aber die Polizei, die daraufhin den Bereich um Lugners Villa räumen ließ.